Wir befinden uns gerade hier am Stand von MANS, der Traditionsmarke, die wir schon seit lang bei uns im Programm haben, im Herrenbereich, ab Größe 47 bis teils Größe 52. Bei mir ist jetzt der Eckhard Muck, er ist Vertriebsleiter und er erzählt mir jetzt mal ein bisschen was darüber, was wir ab Frühjahr, Sommer 2015 alles so erwarten können. Ja, traditionell kommt ja die Firma MANS aus dem klassischen Bereich und Traditionsmarke seit 1898, alte eingesessene deutsche Firma und was wir jetzt Neues gebracht haben, für Frühjahr, Sommer sind auch im klassischen Bereich abgedehlte, moderne Leisten, etwas lang gestreckt, richtig im Business-Bereich, dann haben wir auch Typen drin, die etwas mit vorne eine breitere Spitze haben, Volllederausstattung, gewohnte Qualität und was Neues bei uns ist jetzt auch irgendwo im Casual-Bereich, dass wir einfach so ein bisschen aus der klassischen Ecke etwas heraustreten. Es sind jetzt ganz neue, junge, sportliche Typen, die wir jetzt neu im Programm haben und wie gewohnt auch bei uns in Übergrößen und da haben wir jetzt auch jetzt eine neue Gruppe oder mehrere Gruppen mit einem sehr breiten Spektrum und das geht auch hin von diesem modischen neuen Typ bis hin zu Sportschuhen, eben auch Bootsschuhe und das alles wie gewohnt auch in Übergrößen. Und zu einem guten Preis, das zeichnet die Marke MANS ja auch aus, dass man wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat für Volllederschuhe, teilweise auch unter 100 Euro nur zahlt. Das bleibt auch so nach wie vor, oder? Das wird absolut so bleiben. Wir haben etliche Schuhe im Programm, nach wie vor mit Volllederausstattung, auch teilweise sogar mit Wechselfußbett für unter 100 Euro. Das ist sehr schön, gerade die Funktion auch mit dem Wechselfußbett, die Volllederfütterung, alles sehr gut. Jetzt noch einmal kurz zur GDS. Wie zufrieden sind Sie momentan, gerade auch in Bezug darauf, dass die Messe dieses Jahr ein paar Wochen früher ist als die vergangenen Jahre? Ja, wir wussten schon im Vorfeld, was auf uns zukommen würde, dass es also mehr den Info-Charakter haben würde. Und so hat sich das Ganze auch gestaltet. Es gibt schon ein paar Kunden, die auch jetzt eine Order schreiben. Aber grundsätzlich würde die richtige Order in so zwei, drei Wochen platziert werden. Herr Morg, besten Dank für das kleine Statement. Wir sehen also, Manns stellt wieder ein breites Spektrum an Business-Schuhen, an Casual-Schuhen. Wunderbar verarbeitet, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab Mitte Januar bei uns im Shop zu sehen, auf www.schuhplus.com und natürlich auch zu haben bei uns in Dörrferden im stationären Geschäft. Also reinschauen, auf jeden Fall und bis später.